Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Informationen zur Berner Freizeit Barrierefrei Die Webseite Berner Freizeit Barrierefrei verschafft dir einen Überblick über die Barrierefreiheit von verschiedenen Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in der Stadt Bern. Durch diese Informationen soll die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen verbessert werden. Klicke auf die verschiedenen Bilder unter diesem Video, um mehr Informationen zu den Angeboten zu bekommen. Die Bilder bringen dich auf die Webseiten unserer Partnerinnen und Partner, welche die Infos zusammentragen und veröffentlichen. Damit du schnell diejenigen Informationen zur Barrierefreiheit findest, die du suchst, verwenden wir Piktogramme. Die Piktogramme bedeuten folgendes. Piktogramm hindernisfrei, ein Mädchen in einem Rollstuhl, darunter ist das Piktogramm durchgestrichen. Bei diesem Piktogramm findest du Informationen zur Zugänglichkeit für Menschen im Rollstuhl. Ist das Piktogramm durchgestrichen, so ist der Ort nicht zugänglich für Menschen im Rollstuhl. Piktogramm Parkplatz, ein Parkplatzschild für Menschen mit Behinderungen. Bei diesem Piktogramm erfährst du, wo der nächstgelegene Parkplatz für Menschen mit Behinderungen ist. Piktogramm ÖV-Station, eine Person mit Langstock an einer Busstation. Bei diesem Piktogramm erfährst du die nächstgelegene ÖV-Station. Piktogramm Assistenzperson, eine Frau neben einem Jungen mit Hörgerät. Darunter ist das Piktogramm durchgestrichen. Manchmal kann die Teilnahme einer Assistenzperson die Teilhabe verbessern oder ermöglichen. Bei diesem Piktogramm findest du Informationen zur Teilnahme deiner Assistenzperson. Ist das Piktogramm durchgestrichen, so ist die Teilnahme einer Assistenzperson im Moment nicht möglich. Piktogramm Gruppe, drei Personen, die mittlere hält sich die Ohren zu. Bei diesem Piktogramm erfährst du, wie viele Personen am Angebot teilnehmen und wie viele betreuende Personen dabei sind. Dies kann dir helfen, die Situation, beispielsweise den Lärmpegel, besser einzuschätzen. Piktogramm Inklusion, mehrere Personen, alle sind in einer Blase. Darunter ist das Piktogramm durchgestrichen. Gewisse Angebote werden von Menschen betreut, die Erfahrungen mit TeilnehmerInnen mit Behinderungen haben. Bei diesem Piktogramm erfährst du, mit welchen Behinderungsarten die BetreuerInnen bereits Erfahrungen haben. Dies kann dir ein Gefühl der Sicherheit geben. Gewisse AnbieterInnen haben noch wenig Erfahrungen mit TeilnehmerInnen mit Behinderungen. Ein Mädchen mit Gehhilfe steht an einer offenen Türe. Darunter ist das Piktogramm durchgestrichen. Bei diesem Piktogramm findest du Informationen darüber, ob du mit oder ohne Voranmeldung im Angebot schnuppern kannst. Du kannst die verschiedenen Angebote so unverbindlich ausprobieren. Ist das Piktogramm durchgestrichen, ist es aktuell nicht möglich zu schnuppern. Piktogramm Kontakt – zwei Sprechblasen, eine mit einem Fragezeichen, das andere mit einem Haken. Falls noch Fragen offen bleiben, findest du bei diesem Piktogramm die Kontaktangaben einer Ansprechperson, die für das Thema barrierefreie Zugänglichkeit verantwortlich ist. Die Person kennt sich vor Ort aus und kennt das Angebot. Sie beantwortet dir gerne deine Fragen. Wir bemühen uns, korrekte und genaue Informationen zur Barrierefreiheit zu veröffentlichen. Die Informationen basieren auf Angaben der AnbieterInnen. Bitte teile uns mit, wenn du ein Angebot oder ein Gebäude anders beurteilst, damit wir die Informationen aktualisieren können. Schreibe uns eine E-Mail. Du findest die E-Mail-Adresse unter diesem Video. Hier fehlt ein Angebot. Kann das ergänzt werden? Du kennst ein Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in der Stadt Bern, das noch nicht aufgeführt ist? Schreibe uns eine E-Mail. Du findest die E-Mail-Adresse unter diesem Video. Kicos. Du findest die E-Mail-Ithe. Du findest die E-Mail. Du findest die E-Mail. Du findest die E-Mail. Vielen Dank.